Wenn Sie ein altes Haus kaufen wollen oder vielleicht auch schon ein Haus haben und die Umfinanzierung oder Prologation des Dahins ansteht, dann könnten Sie in die gleiche Situation kommen wie ein Kunde von mir, dem nämlich genau das passiert ist, altes Haus. Die Pläne sind vor erster oder vor zweiter Weltkrise schon sehr alt und jetzt konnten wir die Anschlussfinanzierung oder die Umfinanzierung nicht ohne weiteres durchführen, weil die Banken jetzt sehr harte Auflagen haben. Die brauchen also zwingend einen Grundriss, einen qualifizierten Grundriss und eine qualifizierte Wohnflächenberechnung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, um nach einem Dienstleister Ausschau zu halten, der das schnell und günstig macht. Und ja, da bin ich fünig geworden. Das wollte ich heute mal mit Ihnen teilen, weil wie gesagt, das wird quasi jedem passieren, der ein altes Haus kaufen will und wenn der Eigentümer keine anständigen Pläne mehr hat, dann muss natürlich in dem Fall der Eigentümer für die Pläne sorgen. Aber wie das so ist mit den Eigentümern, wenn die verkaufen wollen und aber keine Lust haben, sich darum zu kümmern, wie zum Beispiel eine Erbengemeinschaft, könnte ich mir vorstellen, dann ist es gut zu wissen, wo man das herkriegt. Und ich habe jetzt mit dem speziellen Anbieter gute Erfahrungen gemacht, von daher wollte ich das einmal kurz mit Ihnen teilen, wie man sowas machen kann. Es hat also von der Suche nach dem Dienstleister bis zu den fertigen Plänen und Berechnungen keine sieben Tage gedauert, also keine Woche. Das war wirklich sensationell schnell und das zeige ich Ihnen jetzt mal, wo ich das gefunden habe. Und zwar haben wir da hier, die Firma heißt 1000 Hands oder 1000 Hands, keine Ahnung, wie sie sich aussprechen. Und hier haben wir diese prima Seite Grundriss.com. Da muss man sich einmal registrieren, geht ganz schnell. Und dann kriegt man die Login-Daten zugeschickt und dann kann man sich hier einloggen. Das mache ich jetzt mal eben. Passwort freischalten. So, dann landet man hier. Und hier kann man also quasi mit so Paketen sich das selber zusammenstellen, was man haben will. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich habe jetzt zum Beispiel hier angefangen, Wohnungsgrundriss für die Immobilienvermarktung. Da klickt man dann hier auf Bestellen. Und dann kriegt man jetzt hier eine Auftragsbezeichnung, eine Auftragsnummer. Das kann man hier also aus, ist optional, kann man für sich selber ausfüllen, ob man das haben will oder nicht. So, dann kann man sich hier schon mal ein Layout aussuchen. Also es geht ja jetzt, oder in meinem Fall ging es jetzt um die technischen Unterlagen. Die anderen Varianten hier, wäre dann eher für Immobilienmarkler interessant, wenn die also ein Exposé gestalten lassen wollen. So, aber wie gesagt, jetzt für die Bank nehmen wir den einfachen Teil hier und können dann eben jetzt sagen, was weiß ich, wir haben jetzt hier ein Einfamilienhaus, Anzahl der Etagen. Nehmen wir jetzt mal zwei. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man hat. Also in meinem Fall war es ja so, wir hatten gar nichts. Nur einen ganz alten Plan, der auch schlecht bemaßt war. Deswegen haben wir also hier eine Vor-Ort-Vermessung gemacht und dann hat man jetzt hier eben dann die Daten, die man da einträgt für den Sachbearbeiter, bei denen man sich melden soll. Und genau, oder man kann jetzt hier eine Wohnflächenberechnung anklicken. Das kann man dann immer noch mit Bemaßung haben. Das sieht man dann hier alles wunderbar. Wunderbar, ein Meterbalken, ist jetzt nicht so sinnvoll. Brauchen wir die Bemaßung. So, Möblierung, die kann man weglassen. Die Bank will ja nicht die Möbel sehen, sondern wir wissen, wie groß das ganze Ding ist. Flächenstempel. Ah, dann macht er noch die Quadratmeter dabei. Und so kann man sich das hier so zusammenstellen, wie man das haben möchte. Gewünscht Dateiformat. So, und dann klickt man dann nachher hier auf Preis berechnen. Nun, allein die Erstellung für diesen Plan kostet dann 78,37 Euro. Und das ist schon nicht schlecht. Ich kann jetzt hier mal nochmal das, ich gebe jetzt hier einfach mal meine Daten ein. Mal gucken, wie viel das kosten würde. Adresse, ah ja, Hausnummer, jemand da extra, 126. So, Fläche, mal 140 Quadratmeter. Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Genau, dann gucken wir mal. Fällt es ein Pflichtfeld? Was habe ich vergessen? Ach da. Da muss man noch einen Haken setzen. Auf Übernehmen klicken. Und dann sagt er mir hier 528. Wenn da also jemand rauskommen muss. So, jetzt berechnen wir nochmal den Preis. Dann sind wir bei 687 Euro. So, und wie gesagt, das geht also innerhalb von 2, 3 Tagen kommt einer raus. Und man hat dann auch in der Zeit schon die Pläne da. Und ja, den Betrag, den man hier sieht, den kann man ja dann letztlich auch mit in die Finanzierung mit einbauen für die Kosten, die da entstehen. Und somit hat man wirklich schnell eine einfache Lösung und kommt dann auch zum Ziel. Weil letztlich ist es ja so, der größte Pluspunkt, den man im Moment am Immobilienmarkt haben kann, ist Geschwindigkeit. Die müssen schnell sein, wenn sie eine Immobilie finanzieren und kaufen wollen. Dann müssen sie schnell sein, sonst ist irgendjemand anders schneller und schnappt ihnen die Immobilie vor der Nase weg. Genau, alles zu dem Thema nützliche Tools rund um die Immobilien und die Finanzierung. Da habe ich jetzt eine neue Rubrik auf meiner Internetseite eröffnet. Die werde ich jetzt nach und nach dann mit Leben füllen und habe ich jetzt hier über dem Video für Sie verlinkt. Da finden Sie dann in den nächsten Wochen immer mehr an nützlichen Hinweisen. Da werde ich dann jeweils auch noch ein Video zu machen. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie dem Video einen Daumen dalassen. Wenn Sie selber noch andere Hinweise für mich haben, für ähnliche Anbieter oder auch andere Dienstleister, würde ich mich freuen, wenn Sie mir das unter das Video in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, alles Gute.